Der Rollenstreck. Die Rolle unter den oberen Rücken legen, die Hände halten den Kopf, die Beine sind angestellt. Lassen Sie sich los, soweit wie es gut geht. Und dann ausatmend den Kopf anheben, die Schultern gehen mit. Einatmend zurück. Ausatmend wieder hoch. Und zurück. Und noch ein drittes Mal. Und zurück. Und beim vierten Mal jetzt nach links drehen. Der rechte Ellenbogen zeigt zum linken Knie. Und zurück. Und hoch. Zurück. Und auch dreimal. Und dann wieder herunter. Und Seitenwechsel. Der Kopf dreht nach rechts. Der linke Ellenbogen zeigt nach rechts unten zum rechten Knie. Zweimal. Und ein drittes Mal. Und herunterkommen. Das war der erste Teil. Und jetzt tun wir noch etwas gegen das Hohlkreuz. Dazu legen wir uns auf den Boden und schieben die Rolle unten unter den oberen Teil des Gesäßes. Die Beine sind angestellt. Die Arme entspannt. Dann das rechte Knie an den Brustkorb ziehen. Heranziehen. Abstellen. Lang machen. Atmen. Heranziehen. Abstellen. Lang machen. Atmen. Und noch einmal. Heran. Abstellen. Lang machen. Atmen. Und lang machen. Atmen. Anziehen. Abstellen. Lang machen. Lang machen. Atmen. Atmen. Und noch einmal. And lang machen. Atmen. Und dann nehmen Sie die Rolle weg. und legen sich ab und genießen, wie Sie jetzt wunderbar auf dem ganzen Rücken aufliegen können.